Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 Frontiers, unserem super duper krassen Challenge, super mega hyper sicken weirden Projekt. Ja, heute mit, ja jetzt halten wir euch fest Leute, heute ist Doppel-Doppel-Agent, äh Mark Mark. Boi. Hallo. Hallo, wir haben heute zwei Marks. Zwei Mark. Was kostet das Brötchen? Zwei Mark. Na ja, gut, war so ein kleiner Sidekick, äh, so ein Sidewitz. Ähm, wir haben uns gerade auf... Was? Kannte ich ja noch nicht. Also echt nicht? Kennst du den Tomaten Mark? Jetzt halt ich fest. Mark Mark Tomaten Mark. Mark Mark Tomaten Mark? Das freut mich sehr. Warte mal, habe ich die Felderstellung hier aus oder was? Muss ich mir das immer erst wieder neu machen, um Flokanien zu klappen? Hast du Farmer? Du hast den Hofwechsel, warte mal. Habe ich keinen Farmer? Ah, dann gib mir mal bitte, weil ich musste neu schauen. Passt. Passt. Dankeschön für die, äh, Wysabs Leute. Das ist endlich von euch. Danke, danke. So. Ich habe... Wieso funktioniert das jetzt hier nicht? Warte mal. Das müsste dann stehen. Äh, Felderstellen zulassen. Ich muss sich erst aktivieren. Und jetzt geht es los. Dankeschön Leute für die Wysabs und die Bits. So, wir haben uns gerade ein bisschen aufgeteilt. Wir machen ja hier gerade Feldgrenzenerweiterung. Ne, das ist ja so, äh, wir tun ja hier die, warte mal, die Nummer 22 etwas vergrößern. Das Waldstück, was wir hier quasi entfernt haben. Äh, Mark ist aktuell am Striegeln auf der 21, äh, auf der 20, wo die Hälfte rüben, die Hälfte frisch angeseht ist. Und der Mark, das ist der zweite Mark, der macht gerade auf der 21 mit der Walze, äh, das fällt fit. Da ist nämlich schon alles gestriegelt und, ja. Wir haben es 13,38, dann müssen wir hier einmal mit Kalk fix drüber, über die neue Fläche, die wir dazugewonnen haben. Einmal mit Dünger schnell drüber, ansehen, walzen, düngen, fertig. So, und dann haben wir das nämlich auch. Das müssen wir schnellstmöglich machen, weil, wenn mich nicht alles täuscht, ist die 22 schon neu bestellt. Kann das sein? Haben wir auf der 22 schon neu? Größtenteils. Ja, außer das, was wir frisch gemacht haben, oder? Genau. Ja, deswegen, dass das nicht allzu unterschiedlich dann wächst und reif wird. Aber die ist nicht komplett fertig. Ja. Ach, ich hatte... Also, die Spillen und Walzen fehlt auf der kompletten Flecke noch. Ich hatte hier tatsächlich das ja mit GPS gemacht. Warte mal, das werde ich mir mal wieder anmachen. So. Alt S. Ne, wo war denn das? E? Ne. Hä? Ach, C. Äh, Steuerung S. Genau. Automatische Breite 291. Äh. Könnte ich nicht lesen. Wo sind denn jetzt die Linien? Vorgewendemonus, Entfernung, Zege Linien hier an. Okay, A, B, gerade ab und setzen. Ja, müssen wir leider neu setzen. Ist ein bisschen blöd. Ja, müssen wir leider ein bisschen neu setzen, aber dann sollte das eigentlich hier relativ gut passen. So, da richten wir uns hier aus. So, das sollte schon reichen. B-Linie setzen. Hoch machen. Und ab geht ab hier. So, gut, haben wir unser GPS drin, der Pastor. Gibt übrigens Mission, eine Erntemission ist dabei. Raps. Ach, eine, äh. Ja, aber es gibt ja auch nur die kleinen Drescher. Gibt auch nur den kleinen Drescher. Ja, genau. Aber wir konnten unseren Drescher nutzen für eine Erntnestung, ne? Obwohl. Wir können sie nicht annehmen. Wir müssten was anderes, äh. Ja, genau. Leider müssen wir den Traktor abgeben. Apropos, wir kriegen noch Geld. Ach so, stimmt. Äh, wir bekommen noch Geld, das es richtig mag. Nämlich einmal für die Windkraftanlage gibt es wieder 40.000. Genau. Genau. Oh, da haben wir aber trotzdem gar nicht so gerade gezogen unsere Linie hier. Gibt es ja gar nicht, Mensch. So abgedriftet vom Kurs. Es ist ja Wahnsinn, wie weit wir hier aus dem Feld noch rausholen können. Oder wie viel. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir das so groß erweitert kriegen. Das ist echt, echt verrückt. Der Prozentual mal interessant, ne? Wie viel, wie viel Feldfläche hier das jetzt ausmacht. Das sind 20 Prozent, gebe ich ja Brief und Siege. Wenn es reicht. Können wir nachher mal auf der Karte schauen, aber das ist nicht wenig hier. Ja, bestimmt. Gut. Ansonsten haben wir wieder, wie gesagt, unsere 40.000 bekommen. Für die Windkraftanlage. Das passt also. Wir können mal ganz kurz schauen. Kredittechnisch können wir nichts machen zur Zeit, okay. Das heißt, wir können nichts Neues leihen. Trotz, dass wir den Drecher gekauft haben. Oder beziehungsweise ein bisschen Geld investiert haben, aber das macht nichts. Achso. Im gebrauchbaren Markt ist so ein Holzanhänger mit Kranen. Bezüglich 1.000. Na. Aber hat ja mit der Winde eigentlich ganz gut funktioniert, ne? Ich glaube, da machen wir nichts gut. Guck mal hier, ich bin sogar auf der Linie gefahren. Warum ist denn der weggefahren von der Linie? Das verstehe ich nicht. Der ist irgendwie... Oder ich habe was gedrückt. Das kann auch sein. Dass ich was gedrückt habe. Ach guck mal, hier ist eh vorbei mit Land erstellen. Manchmal wird man ganz gerne hier in der Spur noch ansetzen. Mal schauen, ob hier noch was geht. So. Ich kann euch sagen, Leute. Ich habe mich ein bisschen neu verliebt. Auf der Gamescom. Wir waren ja auf der Gamescom gewesen. Und ich habe mich in... Tatsächlich habe ich mal das Funatec Lenkrad Probe gefahren. Ist eine tolle Sache, ne? Habe ich noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Funatec ist tatsächlich eines der bekanntesten Racing Bills, was es gibt. Also so Pro Racing, ne? Ach. Ja. Deswegen ist halt so für alle Simrace und so. Ja. Und da gibt es direkt eine Gran Turismo Edition. Die bin ich Probe gefahren. Ich hätte auch gerne noch diese Top da. Oh, wie heißt denn diese, diese... Das ganz große da. Naja, aber auf jeden Fall die Gran Turismo Edition war schon geil, muss ich ehrlich sagen. Also das ist schon ein Unterschied. Es ist natürlich völliger Blödsinn für den LS. Ne, da bist du mit dem G29 schon schmackofatz vom Allerfeinsten. Aber ich muss halt ehrlich zugeben, für Formel 1, uff. Ne, wäre das schon ziemlich sweet. So. Einster echter Striegel macht den Rüben nix. Ja, hast du Pflege drauf? Ne. Ja, die Reifen natürlich schon. Richtig. Aber dann könnte ich ja die Kur hier noch fahren, sozusagen. Ich weiß übrigens, Leute, dass ich den Flug falsch rumfahre. Ich weiß das. Äh, 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 ja. Ich weiß. Ich will den nur nicht immer drehen. Weil ich glaube, wenn ich den drehe, müsste ich dann auch mit Versatz irgendwie... Ich weiß, ich habe auch nicht ganz... Naja. Komm, ich ziehe nach zwei Bahnen, dann ist das hier eh erledigt. Bist du durch mit... Achso, wenn ihr fertig seid mit der Arbeit, immer bitte Bescheid sagen, ja? Ja, klar. Also, äh, der mag, ne? Ja, ja. Andere mag, weiß das ja. So. Der Rübenkiller. XY-Doppelagent. Für die ungelösten Fälle. Was habt ihr Schönes gemacht, wo wir nicht da waren? Habt ihr die Zeit genossen, wo wir auf der Gamescom waren? Wir haben heute tatsächlich Trauben geerntet. Ihr habt da Trauben geerntet? Ja, wir haben zu Hause so ein bisschen wilden Wein. Und den haben wir heute hart beschnitten. Cool. Weil er so ein bisschen überhand genommen hat. Und da ist eine große Schale Weintrauben bei rausgekommen. Also hätte ich nicht gedacht. Und die sind tatsächlich auch... Also die schmecken schon. Eine Schale. Ich weiß nicht, ob... Eine komplette Obstschale, so eine große Obstschale voll. Oha. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Weil er ist so schnell. Ich habe eine ganze Schale, ey. Ich weiß gar nicht, wie lange die sich halten. Gut, die sind frisch geerntet, ne? Ja, die Weintrauben, die kannst du, wenn die ein bisschen kühl liegen, die kannst du eine Woche liegen lassen. Ja, mal gucken. Also... Ich hab mir schon überlegt, ob ich daraus Traubensaft machen soll. Mal so testweise. Ich muss jetzt mal ganz kurz zur Verständnis fragen. Ja. Wie groß ist die Schale? Erkennt du von Ikea, die ist das Edelstahl oder Alu, irgendwie so eine große Obstschale voll. Ja. Okay. Also wenn du sie mit zwei Armen umarmst und vor der Brust trägst, dann ist das schon eine ordentliche Kale. Okay. Voll mit Weintrauben. Voll mit Weintrauben. Ich weiß nicht, vielleicht kommt da auch nur ein Glas bei raus. Also ich würde sie essen, Marc. Ich kann dir die empfehlen, ich würde sie essen. Okay, dann riskiere ich Bauchkmerzen. Warum? Oder sind sie halt noch sauer? Dann ist halt nicht so geil, aber... Nee, tatsächlich. Finde ich süß. Ziemlich süß, okay, perfekt. Die anderen lasse ich noch ein bisschen drauf. Oh, ihr seid beide fertig? Ich bin fertig. Dann bitte einmal Kalk. Dann bitte direkt Kalken. So, bis ich hier flug rumgedreht habe, bin ich hier wieder zum Feldende gefahren. Deswegen machen wir das jetzt hier auf dem Weg. Warte mal, aber der Marc kann ja hochfahren und da Walzen, ne? Marc, ja bitte gleich oben Walzen. 21? 21, aber nur die rechte Hälfte. Wenn du jetzt auf der Karte guckst, die rechte Hälfte. Ach so, ja, alles, was frisch angesellt ist. Und Marc! Da sind Rüben drauf. Ja. Diese Rüben werden nicht mal ansatzweise von irgendeinem Bauteil an deinem Traktor berührt. Die sind abgezählt. Die sind, ich schwöre bei Gott, die sind abgezählt. Wirklich. Alles gut. Die sind abgezählt. Und wir sind wirklich am Aaaaaaah, wenn die nicht reichen. Dann haben wir ein richtig massives Problem. So, gut. Ja gut, dann kommt, wenn du jetzt mit dem Kalk kommst, dann hole ich gleich den Dünger. Und dann passt das. So, ich würde auch sagen, wir lassen es gut sein. Das sieht ja schon richtig gut aus. Das ist ja schon richtig gut aus. Wege brauche ich ja nicht, ne? Nochmal, was bitte? Wege bereit und brauche ich ja noch nicht. Nein. Ähm. Ich mache mal folgendes. Ich fahre erst mal schnell den Flug zurück. Komm mal, ist das schon reif, die 14? Die 14 ist nicht reif, nein. Sieht so aus. Ne, ist nicht reif. Ne, ist nicht reif. Mensch, jetzt rammelt der schon wieder auf dem Feld rum. Mach dich in den Dreck. Ja, fahr das Ding dahin jetzt, du bist ein bisschen Kalken. Ja, ich bin noch hier. Äh, die, der GPS aktivieren. Ähm, Steuerung und dann. IC, schaltest du es an. Steuerung S, öffnest du das Menü. Okay. So. Und wie schaltest du es dann ein? Äh, das kommt auf deine Tastüberlegung drauf an. Zurücksetzen, ja, das Problem ist, äh, haben wir unten den Dreck stehen. Da steht irgendwas. Warte mal. Mach's doch runter. Ach, jetzt muss ich wieder erst ausklappen. Mensch, ist das belastend. Wer steht denn da? So, jetzt abhängen. Zurücks... Hey, komm her. Ich hoffe, ich kann zurücksetzen, wie ich das hat mir angemeldet. Ja. So, jetzt frage ich mir den Kollegen, hier schnell, ob der mir das umparkt. Warte, 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 warte. Nicht wegfahren, nicht wegfahren. Äh, wer ist denn das? Wer ist denn das? Kriegst du das mit dem John Deere Traktor unten am Händler? Ja. Sprungi, kannst du mir nur mal ganz kurz bitte den Flug hier, äh, bitte auf Seite fahren? Ja, kann ich machen. Das ist nicht von dir. Hallo an euch, ich grüße euch. Wie geht's euch? Hey, geht's morgen an der Seite fahren. Hallo, was soll das? Ach komm, Sprungi, mach das. Sprungi ist ein lieber. Nee. Doch. Das macht extra Kosten. Ey. Ja gut, nee, Sprungi, dann lass es, komm. Mach's aber. Äh. Nee. Das macht er nicht, ist das klar. Ich denke, was in die Tasche sprungt. Ey, ey, komm, 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 ey. Brungi, nicht da hin, am Verkaufspunkt. Ach da. Ja. Mensch, 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 das ist doch nicht wahr. Was wollt ihr denn ansehen, Jungs, hier mit der schönen Seemaschine? Gar nichts. Hier sehen wir gar nichts an. Äh, ein Sekund. Oh, was gibt's denn mit ein Sekund, Freunde? Ja, gar nichts. Nee, warte mal, Sprungi, der ist nicht dort. Wo ist denn der Verkauf? Warte mal. Der ist da gegenüber, der ist da hier drüben, guck mal. Ach, dünn geht wohl nicht. Der ist hier drüben, meines Erachtens. Okay, ja gut. Ja, dann fahr doch schon mal über die 79 und so weiter. Die 79 sind hier drüben. Perfekt. Wieso zeigt sie mir? Sag mal, was machst du hier eigentlich? Hast du nicht hier irgendwas zu tun oder so? Äh, ja, ich wollte fragen, wer da unten ist. Deswegen, wer ist wo unten? Möchtest du das verkaufen? Ja, will ich. So, danke. Danke, Sprungi. Dein Problem. Ist doch nicht wahr. Junge, ich hab keine Zeit für sowas. Hallo. Hallo. Oh, oh. Mein Menü geht nicht mehr zu. Was war das denn? Ach, hey. So. Ich würde nur Hallo sagen. Ach so. Hallo. Ich werde mir auf jeden Fall, wenn ich euch noch was zeigen. Ja, hallo. Bei mir reagiert alles so langsam. Warum? Nein, wir starten nicht neu. Mich? Nee, ich glaubte kein Mähler, Junge. Kein Mähler, glaube ich. Ich glaub, wir müssen mal neu starten. Also, äh, du kannst ganz gerne PC neu starten, aber der Server bleibt so wie er ist. Hier, bleibt alles so wie es ist. Ich glaub, das liegt am Server. Nein, was ist los? Was geht mit? Ja, ich, das Menü hängt immer. Bin ich ehrlich? Ja, ich brauch Credit. Können wir mal neu starten? Ja. Oh, nee, Quatsch. Äh, ich würde nur Hallo sagen. Ja, hallo. So. Was macht ihr Schönes? Ähm, arbeiten, ja. Habt ihr euch schon eure eigene Mühle gekauft? Noch nicht. Okay. Aber wir werden's tun. Ihr kauft wirklich die eigene Mühle? Ja. Also ihr macht's, äh, ähm, komplett Mehl selber? Ja. Ja, und herzlichen Glückwunsch bei den, äh, Mühlern. Ja. Ja. Wir sind mal Samstag, äh, 18 Uhr, das Mühler-Treff. Ah, das ist, das ist super. Wir haben auch, äh, Bäckerei in der Planung. Ich weiß nicht, wie's bei dir aussieht. Ach, äh, äh, Bäckerei ist aber Sonntagfrüh, der Treff. Du musst jetzt sie dann, wenn dir noch bellen, musst du Bescheid sagen. Wenn die Bäckerei bist, ist ja, ist ein anderer Treffpunkt. Ach so. Ja, ja, es ist erstmal nur, also die Mühler, äh, sind, äh, ne, warte mal, was hab ich nicht angesehen, überhaupt. Ach da. Gut. Ja, so ist das. Ne, gut, äh, schön, dass ihr auch eine Mühle plant. Da freu ich mich ja für euch. Ja. Okay, ciao. Na, tschüss. Äh, mach mal bitte die, die, die Sprengelweite an und aus. Äh, äh, der hat hier irgendein Problem. Irgendwie sieht es komisch aus. Also unsere Sehmaschine ist so abgeranzt, das erahnst du gar nicht. Aber die ist sehr vom Wartungszustand tippitoppi, ne? Bei mir hat das immer nachgesinkt, das sei bei mir erst auch so aus. Aber bei mir sieht das noch so aus. Oh ja. Warte mal ganz kurz. Wächter, ah, jetzt singt es nach. Komm, mach ich mal mal. Ja. Hier muss das Zeug rein. Bei dem Plasma hier drüben drüber, bitte. Hier drüben. Die Ecke. Rum, 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 rum. Weiter zu mir. Wollte ich dann danach zu 22 kommen? Äh, du kannst... Nein, du kannst dir bitte einen Traktor schnappen. Etwas bisschen leistungsstärkeres. Und kannst... Achso, 22 Striegeln. Doch, die Ecke kann gestriegelt werden. Das ist der New Holland mit dem Striegel. Sie dreht das schon irgendwo. Ja, alles klar. Die kann gestriegelt werden. Also, Realtalk jetzt, ohne Witz. Es haben, ungelogen, Frizi verkauft auch nichts, der will eine Mühle bauen. Es haben dann alle eine Mühle. Es haben sich alle eine Mühle gebaut. Lohnt sich, ne? Null. Gar nicht. Ne, es lohnt sich. Es lohnt sich tatsächlich auf einer gewissen Menge. Aber... Sag mal, wenn einer eine Mühle hat und macht das für die anderen mit, dann lohnt sich halt doppelt. Aber wenn jeder eine Mühle hat, das ist ja... Keine Ahnung. Also, das ist ein völliger Humbug in meinen Augen. Also, ich finde, das ist völlig rausgeschmissenes Geld, was die da gerade machen. Also, für uns ist das richtig gut, ne? Dass sie sich alle eine Mühle kaufen für 80k. Weil wir sind ja die Mühler und die Bäcker. Wir haben das ja von Anfang an gehabt. Also, wir haben das ja kostenlos in unserem Paket gekriegt, eine Mühle. Aber die Mühle kaufen, nur zur Veredelung, also die 80.000 rausholen, na, herzlichen Glückwunsch. Will ich nicht. Also, glaube ich, wird eine schwierige Nummer, oder? Aber, kann uns recht sein, Jungs, oder? Was meint ihr? Klar, alles Geld, was... Auf jeden Fall, sind wir mal ehrlich, sind wir mal ehrlich, wir brauchen ja niemanden, der uns Sachen verkauft, ne? Also, das müssen wir ja auch noch dazu sagen. Wir sind ja nicht darauf angewiesen, in keinster Weise. Ja, noch lasten wir es nicht voll aus, ne? Aber es ist eine Frage der Zeit. Genau, die Auslastung ist noch nicht da, aber die wird ja kommen. Die 20 ist auch fertig, du weißt. Sehr schön. Ohne auch noch eine Rübe zerwischen. Ja, das ist gut. Bist du schon runter vom Feld? Ja. Ah, gut, sehr schön. Und bitte, wenn du bei der 16 vorbeifährst, auch sehr vorsichtig hören. Ja, 16 auch sehr vorsichtig ist auch ein Rübenfeld. Also, die sind wirklich, ne? Alle abgezählt. Ich höre schon, da ist vollstes Vertraue vorhanden. Ja. Nee. Aus gutem Grund nicht. Alles gut. Das ist echt übel. So, na gut, aber nee, perfekt. Dann läuft das ja. Gut, dann werden wir jetzt hier unser Getreide noch schön reinbringen, unseren Weizen. Und wenn wir Weizen drin haben, dann ist die 22 auch fertig. Dann haben wir das hier gut gemacht. Also, da haben wir wirklich ein schönes Stück Feldfläche dazu bekommen. Dann können wir uns nicht beschweren. Das ist mal ein bisschen blöd mit diesen ganzen Büchen hier und alles. Ich finde, das sieht irgendwie nicht so schön aus. Das wird auch bei der Ernte echt nicht schön aussehen. Was dünnst du da, Marc? Wenn man auf den Dünger ist, du zu verschwenden. Was? Wir sind verschwenden. Achso, du dünnst das große Feld. Ja, ja. Können wir das schon neu dünnen? Ja, zumindest nimmt die Textur an. Ja, okay. Ich habe jetzt nicht explizit nochmal über das Tool geguckt. Nee, wenn es die Textur annimmt, dann sollte es eigentlich funktionieren. Ja, ne? Das Unkraut schön ordentlich, ne? Weg machen. So. Gut, in einer Minute sind wir fertig. So, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz einen Plan machen. Wie geht es dann weiter? Wir werden dann Holz machen und vor allem... Ah ja. Darf ich mal? Ah, das machst du in der nächsten Folge. Ich verkaufe ich noch Mehl. Ich verkaufe ich noch eine Bäckerein. Oh. Warte mal, Marc, du bist gerade abgehackt? Ja. Wir haben keine Bäckereien. Ich habe gesagt, du könntest das Mehl ja auch verkaufen. Das ist ja Unsinn. Äh, Friesi will sich in die Bäckerei kaufen. Und euch wünschen wir noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Und ciao. Sagt ihr Tschüss bitte? Tschüss. Tschüss. Töton. Töton. Töton.